Vorurteile gegen Wessis getestet an Herrn Yun, 9 von 9. Passt dieser Oberbürgermeister kulturell zu uns, erfüllt er das Charakterbild eines schlechten Wessis. Fazit. Der Test zu den Vorurteilen gegen Wessis an Herrn Yun ergab, dass er noch immer Wessi ist. Er versteht zwar nichts vom Umgang mit Geld und will auch nicht die Mauer wieder hochziehen, da er kräftig vom Mauerfall profitierte. Aber ansonsten treffen die Vorurteile gegenüber Westdeutschen auf ihn zu. Unklar ist, ob man ihn wegen seinem schlechten Verständnis für Wirtschaft hierher schickte. Das wäre ein naheliegender Grund, weshalb sie ihn loswerden wollten. Das wäre ein naheliegender Grund, weshalb sie ihn loswerden wollten. Das wäre ein naheliegender Grund, weshalb sie ihn loswerden wollten. Und das wäre ein naheliegender Grund, weshalb sie ihn loswerden wollten.